Musik 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 Na Joni hat mir halt nen dicken Booster durchgegeben, ne? Also dadurch, dass er mich von hinten angetickt hat. Was? Ich hab 1000 Troy Typen am Marsch Ja, ein Stück ist noch Ja, jetzt haben wir Troy Typen Verschwinde da, ihr braucht den Park! Verschwinde, bin ich der, den ihr beschützen müsst? Ja, ne? Ja Deswegen Joni, lass die Typen mal vorbei Oh, was ist für ne Ecke, Alter? Ich bin an so ner unsichtbaren Ecke Hingeblieben So, wir müssen die Leute von Krishi wegkommen Ja, das wär super Oh, Alter, ihr parkt mich voll ein, Mann! Gern geschehen Wir schützen dich nur Ich bin nicht mehr da Wer bist du denn? Ich bin da und ich kann euch zugucken Und was müssen wir jetzt machen? Ja, den nächsten Schützen, den anderen Schützen Abhauen Ne, steht bei mir nichts Da gibt's aber einen, wo noch Schützen drübersteht Ja, bei mir steht nichts Schützen Bei mir sind nur 4 Sterne Dann bist du Fuß Ja, dann kann Joni das sein Alles klar Joni ist doch Du bist ein Slay Checker, ey Das erklärt auf jeden Fall viel Ich hab nen scheiß Helikopter über mir Du fährst jetzt gerade durch so ne Zaun, ne? Verdammt Oh, Alter Jaja, Juni ist das Der Karre auf dem Feld, das wird doch nichts Du musst den Helikopter loswerden Aber nicht so Könnt du dich erst mal drinnen versteckst, ey Warum fährst du denn auch mit dem Karren von der Straße runter? Ich weiß es nicht, runter weg Ich hab halt nen Helikopter im Arsch Ich hab halt nen Helikopter im Arsch Den werd ich nicht los, ne? Ja, aber Wenn ich den nicht Wenn ich vielleicht auch Geld bedienen will Nein, absolut nicht Jetzt Naja Du kommst doch wieder gut weg gerade bei denen Ja, dann kann man natürlich wieder ein bisschen aufholen lassen So fahr ich immer kurven Ach, mein Ohne Hauptstraße irgendwas Aber Jens Jens macht das glaube ich gerade ganz gut, ey Ne Das ist gar nicht Jens Komm, Juni Jawoll Ja, sowas Gerade Strecke, ja Ja Ja, das ist mit dem Wagen wirklich so Ja Die Frage ist jetzt, ob das zu langsam war, Jens Hä? Bei mir hat's gehakt, über einmal was zu vorne Ja, ich hab's gesehen, Alter Alter Der Helikopter Ja Der einfach durchspringt, ey Alter Alter Bleib mal auf der Straße Geil, du Watt Also den Helikopter Kann ich dir nicht vom Arsch holen Hä? Beobachtet den Helikopter Immer noch, Alter Ja, ja Der Helikopter Der Helikopter So am Arsch Die hätte ich halt nicht los Im Wald vielleicht Hab ich halt auch überlegt Ne, ne, mit dem musst du auf der Straße Kann ich nicht Ne, momentan nix Ne, ne, die sind weiter weg Ne, ne, die sind weiter weg Fahr doch auf der Straße weiter Junge Kann nicht Kann nicht Kann nicht Komm schon Du kannst du schaffen Bleib gerade Bleib gerade Bleib gerade Oh Gott, Alter Kannst du gucken, ob meine Straße gerade bleibt Oder ob ich gleich irgendwo Die bleibt gerade Die bleibt komplett gerade Wie lange? Nimmlich Okay Na, jetzt sieht man schon ne Ecke Ich würde aber dann links fahren Selbst auf der geraden Strecke, Juni Ah, da vorne ist irgendwas Da vorne ist eine Sperre Ja, ist jetzt Egal Links Fahr links da vorne Wenns links geht Ist einfacher Oh, ehrlich Alter Also ich glaub, Gold wird das nicht mehr Ja, das Ding ist Irgendjemand hat mich gegen die Hauswand geschubst Und dann links, rechts und hinter Wir waren überall Autos Und ich kam dann einfach nicht mehr raus Juni Jetzt fährt er schon wieder hier lang Wie ist denn Willi los? Ich hab mit Absicht gemacht Weil ich kurz aus der Sicht von Willi war Und jetzt konnte ich abhauen Mh, du hast auch mit Absicht das Silo geküsst oder was? Ja, ja, nur mal Es geht alles zum Plan Ja, ja, nur mal Das ist der Plan Es wird alles zum Plan Ich versuche nämlich gerade hier die Autos einzufangen Aber... Das wird eindeutig Gold Ja, wow, Alter Na, na, na Na Ich hab Bronze bekommen Ja Fuck, ey Vor allem, wenn wir das jetzt nochmal machen Dann müssen wir alles nochmal von vorne machen Auch den Teil auf dem Flughafen und so Ja, aber lass nochmal machen Alter, warum hast du 6000 Punkte und wir nur 1000 irgendwas? Weil die Autos weggerammt hat, wir machen das nochmal Das war doch easy Easy going Ne Der kommt weg Warte Mach das nochmal Bin dran Warte Ja, aber es dauert jetzt schon zu lange Ja, alles wird gut, Juni Oh, fuck Oh, fuck Fuck, 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 fuck Ich hätte den Super Nein Nein Er hat sich falsch gedreht Fuck, Alter Das war wohl filmreif Eine Ewigkeit später Ja Ja, sauber Heißt du Eintreffer, eintreffer, eintreffer Pass auf, das Flugzeug auf Ja, Juni, das kann was werden Jawoll Ja, sauber Sehr gut Das war aber Teamarbeit, ey, jeder hat ihn einmal getroffen Ja Ich bin's Ne, ich find's nicht War vorbei Jens ist es Oh, was war das denn, Alter Ich bin's Alles gut, Frau Weidemann Zu vorne? Er ist hinter uns, da Ich hab' eingepackt So, Jens, fahr Fahr, 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 fahr Ich hab' alles Ich komm von hinten auf Ja, das ist mein Plan, nicht Alles, was jetzt vorbei will Ich find' diese Heißluftbahnhof so geil Diese, diese eckigen mit der Ähm, big Oha, Jens! Ja, was denn? Alter, der Hubschrauber ist da vor Oh, Gott, ey Ich hab' mir grad Ding gemacht Meine Güte, Alter Da kann man mal Bescheid sagen Das ist gut, der Hubschrauber ist weit weg Augen auf im Straßenverkehr Genau das Du musst zur Straße finden, gerne Wow, 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 ich hab' ein Problem mit dem Wald Sehr gut Das ist gut Das ist gut Alter, mein' die Frage hat die Tonne Bronze? Bronze? What? Krass, ey Habt der auch nur Bronze bekommen? Ja Loll, ich hab' mega wenig Punkte Hä? Hä? Dexonfünfzig? Mh Alter Ich hab' gut aufgeräumt Keine Ahnung Dann einfach nur einen die ganze Zeit hinten rein Bam, bam, bam Ja, das kann er, das ist so Jonis Ding, ne? Einer hinten rein Bam, 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 bam Das ist halt Das ist halt Geboren dafür, ey Oh, willst du noch weiter? Nee Er gibt den auf Noch auf Ja, ah ja Das sah ja geil aus, wie du grad rauskommst Da bist du Weiß ich nicht, play, action Wir freuen uns hier Unter Chicago Unter dem 10 von Chicago Lass uns da mal drin Ich hab' ihm seinen Fernseher geklaut Oder irgendwas Was? Da ist einer mit dem Paket rumgelaufen Ich hab' ihn angefahren Er hat's fallen lassen Du freak, ey Vorab von dem Paket Was meinst? Au, au, auf Nein, nicht wieder hin Helf mir mal Weg Vom Eingang geht's Was, Junge? Was? Wuhu Au, ab Nein, nicht dahin Den können wir bestimmt auch wegschieben Wo kommt denn der Bus her? Pässt ja schon ein bisschen Geben wir mal von der Straße Nein, nicht so rum Wuhu Bum, brum, brum Wuhu 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 Ey Krischi Warte mal Komm mal hier her und stell dich mal so neben mich bitte Ja, 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 ja So hättest du es gerne, ne? Eingepackt. Jetzt schiebe ich ihn nur noch vor das Paket. Dann halt mal bitte deine Handbremse gedrückt und gib Vollgas. Hast du? Jetzt soll ich bohlen. Und lass jetzt gleich mal von drei runterzählen und dann lassen wir Handbremse gleichzeitig los. Ja? Dann muss Juni dann weg. Warte, 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 warte. Ich will mich gerade hinstellen. Ich bin die Kamera. Oh, ich hab Carpon. Den Grandpon. Alles klar, kommen wir gleich hin. Nach dem Bendenmeer. Soll ich runterzählen? Ich zähl runter. Okay. Nach innen rein? Gib Vollgas? Ja. Drei, zwei, eins. Die sind unfair. Ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen. Aber das ist ja auch die Performance-Karre. Ein verkehrsrausig wurde gesiehen. Ein verkehrsrausig wurde gesiehen. Das ist schon okay. Ich kenn ihn so. Ja. Ja.